So, hallo und herzlich willkommen zur, äh, ja, großen, naja, nicht großen, aber zur Grand Prix Vorschau, zum großen Preis von Australien, man sieht es ja schon im Hintergrund, der, das neue Safety Card, der BRL1, der Aston Martin Vintage V8, dreht hier schon seine Runden, somit auch schon mal ein frohes neues Jahr an alle, äh, ich hoffe ihr habt auch alle die Saison Vorschau schon gesehen, ansonsten verlinke ich das doch mal kurz unten in der Videobeschreibung, ähm, ja, Grand Prix Vorschau hatten wir letztes Jahr auch schon, zum großen Preis von Australien, das war letztes Jahr auch schon der Saisonauftakt und, ähm, ja, diesem Jahr hat sich natürlich einiges verändert, neue Autos, neue Teams, neue Fahrer, auch zurückkehrende Fahrer, wie beispielsweise ein Sebastian Mayer, ähm, und, ähm, ja, kommen wir mal zur Strecke, ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten können, ähm, ja, die Strecke, ein temporärer, äh, eine temporäre Rennstrecke eigentlich, äh, bei der sich jetzt auch so ein bisschen was verändert hat, man hat es nach Mittag schon gesehen, am Ausgang der Links-Rechts-Schikane sind jetzt mehr Curbs, also, man kann dort ein bisschen weiter rausfahren, ähm, ja. Und zwar könnten wir uns jetzt mal eine Runde mit dem Safety Car hier aus der Außenperspektive anschauen, und ja, der backt ein bisschen, nicht wundern, ähm, 5,303 Kilometer lang ist die Strecke, mit 16 Kurven, und, äh, der Rundenrekord, den hält, glaube ich, immer noch Noah Bajori aus dem März 2019, da muss ich auch mal kurz nachgucken, Ich bin ein bisschen unvorbereitet, es tut mir leid, ähm, Ja, wir haben auf jeden Fall einige tricky Stellen, wie zum Beispiel Kurve 1, die erste Schikane, äh, dann auch Kurve 3 ist relativ tricky, weil es da auch ganz gern mal, äh, in die Wand reingehen kann, So. Eine 1,14, 1,06 von Noah Bajori aus dem März 2019, so rum. Hier wird auch schon seit 2014 gefahren, ja, da kann man mal sehen, wie weit man da rausfahren kann, also, das ist richtig, richtig krass. Ähm, Ja, die Sieger, dreimal hintereinander hat Noah Bajori hier gewonnen, von 2014 bis 2016, 2017, das Rennen könnt ihr auch, könnt ihr auch hier auf YouTube schauen, das hat Lucia Graziano gewonnen, 2000, auch im Bajori Racing, 2018 wieder Noah Bajori, also es gab 5 Mal hintereinander Bajori Racing hier, also es ist eine, es ist eine Bajori Racing Strecke eigentlich, 2019 hat René Bayer hier gewonnen, 2020 Niklas Scherras, auch das Rennen könnt ihr, äh, hier auf YouTube schauen, und auch den letztjährigen Grand Prix von, äh, Australien von 2021, Dustin Rolko hat das Rennen letztes Jahr gewinnen können, das war sein erstes Rennen für Bajori Racing, sein Debütrennen, und gleich gewinnt er das, also, das, äh, nenne ich jetzt mal sehr stark, und, ähm, ja, mehr gibt es jetzt auch nicht groß zu sagen, zur Strecke, wie gesagt, das ist halt hier so eine Art Stadtkurs, oder so ein, so ein Mittelding, so aus Stadtkurs, permanenter Rennstrecke, ähm, tatsächlich wird hier schon seit den 50er Jahren gefahren, also auch in den 50er Jahren gab es hier schon Rennen, und so wirklich existieren tut die Strecke erst seit 1996, zumindest so, wie wir sie heute kennen, und, ähm, ja, BL2 und BL3 sind an diesen Wochenende nicht am Start, hier sind nationale Rennserien als Rahmenprogramm dabei, ähm, erst zum großen Preis von Tunesien in zwei Wochen, da ist dann die BL2 und die BL3, sind dann dort am Start, und auch dazu wird es noch, glaube ich, Videos geben. Ja. So, das war's erstmal, war eine kurze, ähm, war eine kurze Vorschau, das liegt halt einfach daran, weil letztes Jahr hatten wir zum Beispiel den Sebastian Mayer hier, da war ja letztes Jahr mehr oder weniger unser Experte, aber seit er jetzt wieder in einem BL1-Cockpit sitzt, äh, will er sich komplett auf die Saison fokussieren, und es ist deswegen nicht möglich, dass er hier sein kann, und, ja, morgen kommt dann die Pressekonferenz, ähm, dort sind geladen, Timo Nathaniel von der Scuderia Ferrari, Marcel Esch, einer der Neuzugänge von Mercedes, Pascal de Berg im McLaren, und René Bayer von BMW. Ja, mehr gibt's nicht mehr zu sagen, also, danach, am Freitag, also übermorgen, findet dann das erste freie Training statt, auf dem Albert Park Circuit, und ich bin gespannt, wer hier die Nase vorn haben wird, am Ende dieses Rennens. Bis dann, auf Wiedersehen, Tschüss.